Lifehite, Ihr Dosenöffner-Spezialist seit 30 Jahren. Mehr als 25 Millionen Dosenöffner, das sind 25 Millionen zufriedene Käufer weltweit. Heute zeigen wir Ihnen den Lifehite Dosenöffner Safety. Er heißt so, weil es keine scharfen Kanten mehr gibt, denn der Lifehite Safety schneidet den Deckel nicht auf, sondern ab. Einfach oben aufsetzen, den Deckelrand zwischen die Räder nehmen, zudrücken und drehen. Das geht so leicht, dass man gar nicht mehr aufhören will. Große Dosen, kleine Dosen, ganz kleine Dosen, eckige Dosen, alle Dosen gehen mühelos auf und verblüffen die absolut stumpfen Ränder. Was übrig? Zum Aufbewahren den Deckel wieder oben draufsetzen. Lifehite Dosenöffner Safety für Rechts- und Linkshänder rutscht sicher auch mit nassen Händen, sogar für Kronkorken und Vakuumgläser. Doch der Clou, die stumpfen Kanten ohne Verletzungsgefahr. Lifehite Safety, einer aus dem erfolgreichen Dosenöffnerprogramm von Lifehite.